Ich habe euch doch wieder kühlig zu älter Reisen gemacht. Bist ich da als buddhistischer Bethler? Verkleidet ja nicht gerade. Da kommen die Leute und sagen, Mensch, unter Seges, mach den Adler. Eigentlich sind es ein Adler, ein Adler, ein Adler, ein Adler, ein Adler, ein Adler. Ach, ich meine diesen, naja, so ein psychikueller Zugang tut sich mir dann doch auf. Und ich überleg, spiritiere mich, Name und Beruf vom Adler. Ein Gesicht, gleich aufgeschrieben und in die Piebe gesteckt. Der Adler. So, tagelang reflektiere ich die Mandarin-Zeiten für den Adler. Und tun auch so. Jetzt kommt. Adler immer schwieriger. Heißt nicht, ich bin zu schwach. Für andere ist nicht schnell genug, aber die Klinge bricht nicht. Und die bricht. Nicht zack genug. Aber clever genug. Was kommt? Ich bekleckere mich nicht. Sehen Sie? Und dann kommt. Der nächste Dau. Spiegel. Dabbelkiller. Ich tue in den Dabbelkiller. Jetzt frage ich mich, wieso kommt Dabbelkiller? Weil er dran ist? Oder weil ich das ganze Zitat weiß? Das ganze Zitat weiß ich nicht. Lothar würde dann so ziehen. Und da könnte er nicht durchbrechen. Er müsste umstellen. Und er könnte die Dame nicht rausziehen. Und er würde vielleicht sein Finger verstanden haben. Mal sehen. Naja. Somit habe ich ja letztens im Antrieb erfüllen. Über die Grundlinge kann. Hier im Dabbelkiller. Das ist die Tarte für den Dabbelkiller. Eingetragen. Und wird als vergrästlicher Hamel, Esel oder Maultier. Besser gesagt. Maultier. Später war es noch schwarz. Hingehen. Und nach der guten Sonne des Westens. Die weiße Kreis des Westens. Wieder frei liegen. Das ist der Dabbelkiller. Gibt es die Tat finden? Ich weiß die Namen noch. Wang Che Hong Bai Yi Wang Che. Wang Wang Che. Aber wir bekreuzigen uns ja nicht so. Sondern so. Und dann so. Und dann so. Führung. So rum. Das auch noch rausziehen. Wer sagt dann. Omni Tuthie. Ohni Tuthie. Ohni Tuthie. Ohni Tuthie. Ich kann ja vielleicht auch. Und so geht das nicht heute vielleicht schlecht. Alles spirituelle, führte Tanz, nur für die zartischen Zeit. Da ist man nun mal drauf und irgendwie, andere Leute nehmen das ja auch wahr, sonst würden sie nicht sagen, ey und lasst hier nicht, mach den Adler. Sonst hätten sie gesagt, mach den Adler und lasst hier nicht. Und das hab ich dann gemacht.